Das Erstellen unserer Wettervideos ist ja immer Teamarbeit und mein Kollege Alexander hat dieses wunderschöne Schneeflockenbild rausgesucht. Da bin ich ganz begeistert von der Schönheit der Natur. Den Schnee gab es ja jetzt zu Weihnachten, nur in Form von Plastik. Aber nach Weihnachten, am Dienstag wird es tatsächlich kälter, da gibt es bei der Temperatur eine Delle nach unten und dann zumindest auf den Bergen ein paar Schneeflocken. Hier sieht man schon die Kaltluft an der Rückseite des Tiefs über die britischen Inseln strömend und diese kommt am Dienstag dann eben auch bei uns an. Da gibt die Temperatur ein wenig nach zuvor. Es ist stürmisch, regnerisch, trüb. Es kann teilweise richtig kräftig und länger anhaltend regnen. Länger trocken ist es am zweiten Weihnachtsfeiertag südlich der Donau. Vor allem in den Chiembauer Alpen bleibt es bis zum Abend noch einigermaßen freundlich, sonst regnet es auch im Süden dann oft gern und viel. Im Westen Übergang zu Schauern, teilweise kurze Graupelgewitter inklusive und vor allem am Vormittag ist es an der Nordsee und am Nachmittag dann an der Ostsee relativ stürmisch. Also bewegtes Wetter und Höchsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad, also viel zu warm für Schnee im Alpenvorland örtlich an die 15 Grad. Aber dann kommt der kühlere Dienstag, dazu wird es auch teilweise noch windig sein. Gerade in der Nacht zu Dienstag kann es auf den Bergen dann ein paar von diesen schönen zarten Schneeflocken geben, aber viel wird es nicht sein. Die meisten kriegen keinen Schnee ab. Höchstens mal vielleicht einen kurzen Graupelschauer im Norden, sonst oft trockenes Wetter. 6 bis 9 Grad die etwas gedämpfteren Dienstagstemperaturen, ehe es dann am Mittwoch schon wieder milder wird. Im Nordwesten zieht der nächste Regen auf. Im Osten und im Süden wird es meistens trocken sein.